ja willkommen mit alexander schumann hier ich hoffe ihr kennt mich noch ich habe jetzt lange lange leider kein video mehr gemacht aber heute gibt es wieder ein fütterungsvideo und zwar füttere ich meinen kleinen taiskopium der sich inzwischen schon wieder mal geholtet hat und es gibt eine schabe und das schauen wir uns jetzt mal kurz an so ich hoffe das sieht man jetzt schön ich nehme mal die hülle raus und da ist er schon der taiskopium soll ja so dann gehen wir da mal ein bisschen heran das alles schön im blick haben so und dann die schabe rein ja das ging jetzt sehr schnell die schabe ist wird gerade zerlegt und ja dann haben wir eigentlich schon alles gesehen der kleine wie kommt jetzt seine hülle zurück und deckel drauf ja das war jetzt ein sehr kurzes video danke fürs zuschauen schaut in die kommentare wenn ihr fragen und anregungen habt und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst ja ja Untertitelung des ZDF, 2020